Da bin ich wieder, zu einem neuen Part von Pokémon Kaiser Crystal. Ich hab mich wieder hierhin bewegt und jetzt müssen wir überlegen, das erste ist ein Murkrow. Werden wir wohl mit Takiro machen, was die beste Idee. Dann werden wir uns... So, und er kommt da wieder. Hold on! Are you going to take the Pokémon League Challenge? Don't make me laugh. You're so much weaker than I am. I'm not like I was before. I now have the best and strongest Pokémon with me. I'm invisible. Zilu, I challenge you. Okay. Wir müssen bei denen auch noch wegklatschen und dann kann ich mal wieder das Fenster aufmachen, was echt, echt war mir drin schon wieder. So, Murkrow. So, und jetzt ist es mal ein bisschen fairer hier. Dann machen wir das erstes Mal. Counter. Aua. Aua, nicht hauen. Und zack, 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 zack. Aua. Mir macht nur ein bisschen Angst, dass ich kaum Geld mehr habe. Und ich meine, ich fast nichts kaufen kann in der Pokémon-Liga. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber wir werden es sehen. Ampharos. Ampharos, 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 Ampharos. Ich habe mich schaden, ey. Nein. Ja. Ja. Blum, blum, blum. Aua. Mach es einfach tot. Alles andere ist nebensächlich. Mach es tot, bitte. Ja, Schuss. Meine Fresse, mach dieses Ampharos viel Schaden. Hi, der Witzger. Tauros. Oh, das ist jetzt blöd. Hm. Tauros one-shottet Sinox zu 100%. Da bin ich mir... Eigentlich müsste das schon Takeru tun. Versuche Takeru mal schnell aufzuheilen. Ich spule das mal schnell. Pack, dann... Äh... Hyper Potion. Ich weiß. Ich muss das... Pack, Hyper Potion. Ja, kein Ding. Und ich habe noch Paralyze Heal, das weiß ich noch. Genau. Zack. Zack, sehr schön. Earthbreak, ist so schön für dich. Versuche ihm noch... Vielleicht kann ich trotzdem noch Double Edge machen. So, jetzt kommt er. Vakiro, Walte deines Amtes. Und Counter. Daka Daka. Aua. Double Edge kann er nicht schon wieder paralysieren, oder? Macht einfach viel Schaden. Und ihm Schaden. Und es ist ja auch eine physische Attacke. Zack, 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 zack. Baff. Sehr schön. Level 105. Und es ist überhaupt nicht übertrieben. Und es ist ja auch eine physische Attacke, zack, 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 zack. Und es ist ja auch eine physische Attacke, zack, 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 zack. Das ist ja auch eine physische Attacke, zack, 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 zack. aber nicht hauen das letzte ist feligator so viel ich weiß doch feligator für leder alligator sehr schön und das letzte feligator alligator sicher quick clown lass mich raten ob er hätte es gedacht koffing walte deines amtel steven thunderbolt zocker 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 aua nicht hauen ich werde überlebt rot und mach wieder erdbeben ich bin one show kill und heule dann wieder aber glück gehabt und jetzt kommt okay dass das heulen könnte ruhig wörtlich das ist unfassbar es ist einfach nicht zu glauben wir sind beide auf rot antik power noch mann es fragt sich jetzt was setzt er wohl für eine für einen angriff ein setzt mal macht der erdbeben oder hydro pumpe ich gehe mal auf erdbeben dumm 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 dumm- scheiße verliellt doch noch weil ich dumm bin ach man werde ich den kampf dann offscreen machen dynamic punch auf dynamic punch kann man sich immer verlassen was passiert hast du dich selber vermöbel noch mal dynamic punch nein ja okay ich werde noch mal selber werde es noch mal offscreen machen dann sehen wir uns im nächsten part wieder wenn wir in der pokémon liga sein werden und bis dahin sage ich bis ich bin draußen auf wiedersehen